Musik Kulinarische Genüsse bei Schindler Delikatessen in Starnberg. Hier hat gutes Essen und Trinken seit 80 Jahren Tradition. Genießen ist unsere Leidenschaft. Auf 14 Metern präsentiert Ihnen unsere Feinkosttheke Leckereien von außergewöhnlicher Qualität. Logisch, dass wir auch selbst kochen. Täglich frisch fertigen wir in unserer Küche unsere Lieblingsrezepte für Sie. Woher unsere Waren kommen, ist uns überhaupt nicht wurscht. Wir suchen unsere Produkte aus regionalen Kleinbetrieben mit besonderer zertifizierter Qualität und von artgerecht aufgezogenen Tieren. Eine nachhaltige Herstellung ist uns wichtig. Sie mögen Käse? Bei uns finden Sie die besten Sorten aus der Käsewelt. Alles aus unserer Theke können Sie portionsweise mitnehmen oder in unserem Bistro genießen. Schindlers Bistro. Die schickste Pause von Starnberg. Über 200 verschiedene Weine, Champagner-Sorten, Brände, Kognaks, Whiskys und, und, und. Bei Schindler erwartet Sie eine große Auswahl mit Klassikern aus aller Welt. Unsere Sommiliere berät Sie fachkundig. Ein Besuch bei Schindler Delikatessen ist eine Entdeckungsreise im kulinarischen Schlaraffenland. Ein großes Stück vom Glück. Schokolade, Desserts und Kuchen. Nach traditionellen Familienrezepten backen wir täglich frisch für Sie unsere hausgemachten Kuchen. Bei uns finden Sie auch besondere Teespezialitäten. Unser Schindler Catering steht Ihnen für das perfekte Dinner und Events zur Verfügung. Guter Geschmack auch zum Verschenken. Wir beraten Sie gern und verpacken Ihre Präsente besonders liebevoll. Persönlicher Service ist unser Markenzeichen. Wir freuen uns auf Sie.